Musik Silvester knallt. Feuerwerksverbot greift nur für öffentliche Veranstaltungen und zwischen den Zeiten H1-Kurzfilm aus dem Mystery-Sektor. Damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. In diesem Jahr ist wirklich einiges anders und das schließt sogar die Feiertage mit ein. Viele Menschen fragen sich zum Beispiel, wie Silvester in diesem Jahr aussehen wird. Trotz Corona und der damit verbundenen angespannten Lage im Gesundheitssystem kommt wohl kein Feuerwerksverbot, sondern lediglich eine Empfehlung auf Böller & Co. zu verzichten. Was die HannoveranerInnen und die Pyro-Industrie von diesen Regeln halten, haben wir für sie mal unter die Lupe genommen. Kein Böllerverbot in Deutschland, zumindest für das private Feuerwerk. Demnach kann 2021 mit einem bunten Himmel begrüßt werden. Aber was sagen die HannoveranerInnen dazu? Ich habe ehrlicherweise gehofft, dass es ein Böllerverbot geben wird, auch um die Krankenhäuser zu entlasten, weil sich viele Idioten mit den Böllern verletzen. Und ich glaube, es würde keinem schaden, da einmal drauf zu verzichten. Ich hoffe, dass es irgendwann auch ein Verbot geben wird. Gerne ein allgemeines Feuerwerk, aber Böllern. Und jetzt zu Corona, wo die Krankenhäuser voll sind, erst recht nicht. Ich hätte es jetzt nicht unbedingt vermisst, andere Sachen wie Kultur oder Konzerte, dass die zurzeit alle nicht stattfinden können, das bedauere ich mehr. Also ich würde es cool finden, wenn man das wirklich einmal komplett verzichtet. Also wenn man auf dieses Böllern verzichten würde. Weil ich glaube, wie die Kollegin gerade schon sagte, es werden viele ausnutzen auf jeden Fall. Und es tut der Umwelt, glaube ich, auch mal ganz gut und den Tieren. Und also generell hätte ich da nichts gegen. Gegen ein allgemeines Böllerverbot hätten die meisten also nichts gehabt. Nicht zuletzt, um die Krankenhäuser in der Corona-Krise zu entlasten und der Umwelt zuliebe. Dass das Feuerwerk zu Silvester aber kaum das Klima belastet, da ist sich der Verband der pyrotechnischen Industrie in Deutschland, kurz VPI, sicher. Noch Anfang letzter Woche betonte der Verband, die Klimakrise ist kein Argument für ein Feuerwerksverbot. Die CO2-Emissionen aus den Feuerwerkskörpern seien für die Umwelt nur von geringer Bedeutung. Außerdem sagt der VPI, das Silvesterfeuerwerk ist Hauptumsatzträger unserer Branche. Ein generelles Feuerwerksverbot zu Silvester wäre existenzgefährdend, sodass nicht nur in diesem, sondern in allen weiteren Jahren an Silvester kein Feuerwerk mehr gezündet werden könnte. Dass ein solches Verbot wirtschaftliche Folgen hätte, das weiß auch Dietmar Schilf. Er ist der GdP-Landesvorsitzende. Schilf ist sich aber auch sicher, ein Böllerverbot ohne ein Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern wäre sinnlos gewesen und eine zusätzliche Herausforderung für die Polizeibeamten. Wenn in normalen großen Mengen Feuerwerk verkauft wird, ist das ein Riesenproblem, weil die Leute kaufen das Feuerwerk natürlich auch und dann muss es kontrolliert werden. Und das ist das Riesenproblem, wie soll die Polizei das dann bewältigen, dass sie auch in die Ortsteile reinfährt und dann schaut, dass auch kein Feuerwerk abgezündet wird. Und wenn sie erstmal als Polizeibeamtinnen und Beamtinnen beschäftigt sind, bindet sie das ja und die Einsätze, die dann in anderen Bereichen erfolgen, müssen dann von anderen Kräften durchgeführt werden. Insofern ist das natürlich ein zusätzlicher Personalbedarf. Dem GdP-Landesvorsitzenden ist es bewusst, dass durch ein Böllerverbot die Zahl der Unfälle an Silvester und das Infektionsrisiko durch Großveranstaltungen hätte verhindert werden sollen. Dietmar Schilf setzt aber mehr auf den Menschenverstand als auf ein Verbot. Ich denke mal, dass man auch an die Eigenverantwortlichkeit bei den großen Einschränkungen, die wir derzeit haben, auch appellieren muss. Die Menschen sind, glaube ich, nicht so dumm, dass sie nicht wissen, dass sie auch eigenverantwortlich handeln müssen. Ansonsten kommt es zu weiteren Beschränkungen. Wir wollen ja nicht, dass die Pandemie-Zahlen und Infektionszahlen weiter in die Höhe gehen. Dieses Jahr muss also nur auf öffentlich veranstaltete Feuerwerke und Böllern auf belebten Plätzen und Straßen verzichtet werden. Aber dass man Großveranstaltungen in diesem Jahr vermeiden sollte, ist ja nichts Neues. Und wir kommen zu den Meldungen des Tages. Jetzt für Sie zusammengefasst von Martin Schlüter. Mit einer Menschenkette wollten die Staatsoper, das Schauspiel und die freie Bühne Hannover heute auf ihre Lage während des Teil-Lockdowns aufmerksam machen. Verschiedenste Beschäftigte des Staatstheaters haben sich dafür vom Ballhofsplatz an eine lange Schlange gestellt. Was es damit auf sich hat, weiß Amelle Schwerck. Sie ist ein Ensemble-Mitglied des Schauspiels in Hannover. Also es ist eine Menschenkette auch, stimmt. Aber es ist vor allen Dingen für uns eine Schlange. Wir stehen an, wir warten geduldig, bis es wieder losgeht. Und das Motto ist, es ist schon echt Schlange her, seit wir spielen konnten. Und darum stehen wir alle und wegen natürlich auch Abstandsmaßnahmen in dieser Schlange. Den Beschäftigten des Staatstheaters geht es außerdem nicht darum, gegen die Schließungen ihrer Häuser zu demonstrieren, sondern um zu zeigen, dass die Kultur auch in Zeiten von Corona nicht vergessen werden darf. Gestern Nachmittag gab es einen Tanz-Flashmob auf dem Küchengartenplatz in Hannover-Linden. Rund 50 Menschen haben sich versammelt, um gemeinsam zum afrikanischen Lied Jerusalemer zu tanzen. Bei dem Flashmob geht es um Freude, Frieden und Zusammenhalt. Die Lara Schewe ist eine der Veranstalterinnen und erzählt, was der Flashmob ausdrücken soll und wer gestern alles dabei war. Wir wollen mit Freude und Spaß einmal tanzen, auf Abstand, mit Maske. Wir sind alle Gastronomen, Barbesitzer, auch zum Teil welche, die jetzt durch Corona schließen müssen, Ärzte, Krankenschwester, wir haben alles als Tänzer mit dabei. Und genau deswegen wollten wir das machen, um nochmal zu zeigen, Leute, haltet euch für uns alle zusammen an diese ganzen Regeln und dann sind wir schneller mit der ganzen Geschichte durch. Zusammenhalt in der Corona-Krise, das ist der Appell der VeranstalterInnen. Ein Tagebuch beherbergt ja so manches Geheimnis aus der Vergangenheit, aber auch über die Zukunft. Mit dieser skurrilen Thematik setzt sich der Kurzfilm zwischen den Zeiten auseinander, der morgen auf H1 Premiere feiert. Und die stolze Regisseurin des Streifens ist heute bei mir im Studio. Ich freue mich auf Seda Vardar. Ja, hallo Seda, schön, dass wir mal wieder im Studio zusammenstehen. Herzlich willkommen. Ich habe es angesprochen, du hast gemeinsam mit deinen ehemaligen KollegInnen hier von H1 einen Kurzfilm gedreht. Und bevor wir näher auf die Handlung eingehen, was kannst du uns zu der Ideenfindung denn so erzählen? Ja, lustigerweise vielleicht nicht ganz so viel, weil es eine super spontane Idee war. Also es war, man hat halt den H1-Alltag gehabt und ich dachte mir dann einfach, es wäre auch mal schön, was abseits davon zu haben. Reportage und Co. haben wir ja auch schon ein bisschen versucht. Und für mich war einfach Film dann nochmal eine neue Art, auszuprobieren, was man überhaupt kann, auch als Team. Und dann ist Stück für Stück die Idee einfach entstanden. Und das dann halt auch in Zusammenarbeit mit den anderen. Also es kamen dann ganz viele Ideen dazu. Jeder hat sein Stück beigetragen. Und dann ist von der Anfangsidee, die echt spontan entstanden ist, einfach dann so dieses Produkt entstanden. Aber der Ursprung ist wirklich komplett ein spontaner Tag gewesen, wo man dachte, das wäre doch mal echt nicht schlecht. Und wir versuchen es einfach mal, weil, wieso nicht? Ja, super spannend. Einfach mal was Neues ausprobieren. Was kannst du uns denn, ohne jetzt großartig zu spoilern, über die Handlung des Films verraten? Die Handlung ist, ich würde sagen, super komplex. Da haben wir uns wirklich ein Brett an der Arbeit reingeschrieben. Es geht grundlegend um Zeitreisen. Und da ist es so, dass alles bei H1 passiert. Das heißt, wir finden ein Tagebuch. Anscheinend ist da mehr drin, weil es dort Daten gibt, die auf die Zukunft hinweisen, aber auch auf die Vergangenheit. Und das macht uns so ein bisschen neugierig. Und dann fängt quasi die Idee an, wir müssen daraus eine Reportage machen, weil irgendwas steckt dahinter. Und genau, wir versuchen quasi so ein bisschen wie ein Ermittler-Team an die Sache ranzugehen und das Ganze zu ergründen. Und dann kommt auch noch dazu, dass auf einmal ein Leichenfund auftaucht und irgendwas steckt dahinter, aber genau weiß keiner, was da los ist. Und wir versuchen das Stück für Stück zu ergründen. Das geht ja schon fast ein bisschen Richtung Investigativjournalismus. Also mich hast du jetzt auf jeden Fall neugierig gemacht. Ich denke, die ZuschauerInnen da draußen auch. Und ich würde sagen, wir werfen jetzt einfach mal einen kurzen Blick in den Trailer. Ich verstehe nicht, warum du immer noch zweifelst. Ja, und dann lag da auf einmal dieses Tagebuch. Was ist dann passiert? Zur Identität des Toten können wir im Moment überhaupt noch nichts sagen. Wenn also irgendwelche Zuschauer jemanden vermissen. Ey, sorry, ich muss mal raus, ich kann das nicht. Seid ihr denn gar nicht neugierig? Was, wenn da wirklich was dran ist? Zeitreisen werden niemals möglich sein. Dafür habe ich gesorgt. Ich habe damals versucht, Gott zu spielen und bin daran gescheitert. Das ergibt alles Sinn. Schreib Team-Tagebuch und alle sollen kommen. Wie alle sollen kommen. So ein Bullshit. Jetzt glauben die Leute hier wirklich schon an Zeitreisen. Super. Komplette Verschwendung von Arbeitszeit. Daraus jetzt ne Reportage zu machen. Ihr spielt in dem Film, wie wir jetzt gesehen haben, so ein Stück weit mit dem Grotesken. Wenn ein Tagebuch, was ja eigentlich, sage ich mal, Inhalte aus der Vergangenheit fixiert jetzt in die Zukunft blicken lässt. Kannst du so ein bisschen abwägen, was die Zuschauer aus dem Film mitnehmen sollen? Also von Anfang an hatten wir ehrlich gesagt nicht so ein bestimmtes Ergebnis. Man sollte jetzt nicht auf irgendwie eine bestimmte Moral kommen oder sowas. Aber ich fand es einfach schön, irgendwas zu kreieren, wo man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es wahr, ist es nicht wahr? Ein bisschen abwägen. Jeder hat da seine andere Meinung. Das sieht man dann auch im Film, weil jede Figur irgendwie eine bestimmte Einstellung dazu hat, ob man es glaubt oder nicht glaubt. Und genau das sollte auch so ein bisschen vermittelt werden. Also man soll mit dem Gefühl rausgehen, dass das Unmögliche vielleicht auch möglich ist oder es ist dann doch nur Fiktion und mit diesem Spiel ein bisschen an die Sache ranzugehen. Cool. Jetzt hast du vor kurzem hier bei H1 noch dein Volontariat gemacht. Gab es denn Aspekte, sage ich mal, aus der Ausbildung, aus dieser journalistischen Ausbildung, die du jetzt bei der Produktion oder beim Führen der Regie für so einen Film mitnehmen konntest? Ja, super viel. Also ich habe während des Prozesses auch schon gemerkt, super wichtig ist Organisation. Das ist natürlich vorher auch schon im Volo ein Thema gewesen, dass man gucken muss, dass man Drehs gut organisiert bekommt, die Leute direkt anspricht. Was wird gedreht? Was brauche ich überhaupt? Und das hat sich dann auch da nochmal gezeigt. Also das A und O war wirklich zu gucken, wer macht was? Wann mache ich was? Schaffen wir das überhaupt? Ist das überhaupt möglich? Und wirklich mit dieser Organisation so stringent langzugehen, dass es funktioniert, weil anders war es nicht möglich. Also das war, glaube ich, das, was ich am meisten gelernt habe daraus. Was jetzt auch rückblickend immer noch total wertvoll ist, dass ich das irgendwie mitnehmen konnte. Ein anderer Punkt ist, glaube ich, auch tatsächlich Teamarbeit. Also das ist auch vorher ein Thema gewesen, aber rückblickend war dieser Kurzfilm einfach pure Teamarbeit. Und wenn eine Person nicht mitgespielt hat, mussten irgendwie alle anderen das nochmal ein bisschen auffangen und gucken, wie wir das vielleicht anders machen können. Ja, Teamarbeit und Organisation, ich würde sagen, das waren die wichtigsten Punkte. Vielleicht noch ein kurzer Einblick hinter die Kulissen. Wir hatten jetzt angesprochen, da waren viele KollegInnen von H1 dabei. Wer war da so alles involviert und wer hatte, sag ich mal, welchen Job? Ich glaube, das war auch mit das Schönste, dass irgendwie alle involviert waren. Also von Anfang an stand fest, es sollen alle mitmachen und es soll ein Teamprojekt werden. Das bedeutet, wir Schauspielern, wir haben die Technik dahinter gemacht und die Idee ist auch von uns entstanden. Und da waren, glaube ich, alle Wolo's mitbeteiligt, auch fast alle Mediengestalter. Natürlich mussten wir dann gucken, wer überhaupt Zeit hat. Ja, es waren wirklich tatsächlich alle mit involviert und das war das Schöne, dass jeder sein Stück beitragen konnte und wir quasi von Anfang bis Ende, das nur ein Teamding war, ein H1-Projekt. Und das hat auch geklappt. Ja, seht ihr, morgen um 19 Uhr feiert der Streifen Premiere. Kurzes Statement, bist du schon aufgeregt? Ja, also ich bin aufgeregt und ich würde sagen, auch alle anderen. Also meine Eltern freuen sich auch schon tierisch da drauf. Und ja, dann hat sich hoffentlich auch die ganze Arbeit und die ganzen Wochen haben sich hoffentlich gelohnt. Ja, bin ich von überzeugt. Alles klar, danke für das Gespräch. Dankeschön. Ja, und damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Thema. Vor ein paar Wochen habe ich hier im Talk nämlich die neue Vorsitzende des Jazzclubs, Vanessa Erstmann, interviewt. Hierbei stellte sich heraus, dass der Verein neue Wege geht und das können Sie nun auch mit Ihren Sinnen erleben. Gemeinsam mit der Oestra bietet der Club eine Reihe von Literaturlesungen an, die von Jazzmusik eingerahmt und auf dem YouTube-Kanal der Oestra ausgestrahlt werden. Quasi ein buntes Kontrastprogramm zur grauen Winterzeit. Wir wünschen dabei gute Unterhaltung. Und das war es dann auch schon wieder für heute mit 05.11. Morgen begrüßt Sie an meiner Stelle in einer Sonderausgabe Lilo Fee Fettig. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.